Der Pipe Major ist Herr Benedikt Groh. Die Pipe Band trägt den Taten Seafoes McKenzie. Die Kleinpipers aus Frankfurt sind eine der ersten Pipe Bands auch in Deutschland. Sie belegten im letzten Jahr hier in Palme bei Highland Gallery immer vordere Plätze in verschiedenen Grades. Viel Vergnügen und einen großen Applaus für die Kleinpipers aus Frankfurt. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.